Meine Lieblingsstücke. Ich bin ganz stolz. Das neue Buch, 15 Solostücke für zu Hause und die Bühne, kann man auf allen akustischen Gitarren spielen im Standard-Tuning. Es gibt Noten und Tabulatur und das Beste ist, das Buch kann man auch aufmachen. Das sind Seiten mit Noten und Tabulatur. Man kann alles wunderschön lesen, weil es schön groß ist. Ich kann dir mal das Inhaltsverzeichnis zeigen. Das ist hier. Da sieht man, was alles drin ist. Es gibt auch Schwierigkeitsgrade von 1 bis 6 und da sollte für jeden was dabei sein. Das Schöne ist, am Ende des Buches klebt eine CD. Auf der CD ist natürlich alles zu hören, was im Buch abgedruckt ist. Man kann die ganzen Stücke dann lernen. Was ihr im Hintergrund hört, ist Musik aus dem Buch. Na, wenn euch das jetzt nicht überzeugt, dann weiß ich es auch nicht. Bis bald, sagt Peter. Musik 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 Musik